Now it's time to play Killer Instinct für die Xbox One und ich habe wieder ein paar Ranked Matches für euch vorbereitet. Diesmal spielen wir den guten Saberwolf für Galatius, bin ich einfach noch nicht bereit, er ist ein Range Character und spielt sich komplett anders als der Rest. Ich hatte aber auch noch keine Zeit, ihn mir im Dojo anzusehen, kommt aber auch noch, aber hier möchte ich euch erstmal ein paar Ranglisten spielen, nochmal mit Saberwolf zeigen, den hatten wir ja auch nur einmal. Und warum Saberwolf? Saberwolf ist wahrscheinlich der Charakter, den ich jedem empfehle, der sich nur einen Charakter noch zu Jago kaufen möchte, so 5 Euro ausgeben will, dann keine 20. Dann würde ich Saberwolf empfehlen, weil dieser Charakter sich perfekt mit Controller spielen lässt, da er sehr einfache Bewegungen für seine Special Moves hat. Und da gibt es halt Schwierdrigere, zum Beispiel Thunder oder Sidira würde ich gar nicht ohne Fight Stick spielen wollen, also mit Controller sind die so schwer, die richtigen Kombos am Ende und die richtigen Gimmicks. Aber dazu später mehr. So, jetzt greifen wir hier erstmal Brains for Trains an, der Shadow Jago spielt. Der hat uns am Anfang hier gut verhauen, aber wir sind nochmal gut hier zurückgekommen. Jetzt versuche ich über den Feuerball mit meinem Sweep zu kommen, mit dem gejumpten Sweep, man kann ja auch den Crouching Sweep machen. Der Crouching Sweep hätte wahrscheinlich geklappt, der Jumping war leider nicht lang genug in der Luft, der Feuerball mit der Ultra hatte einfach so eine große Hitbox gehabt. So, und jetzt steht es 1-1, Even wieder, habe ich nochmal gut aufgeholt, zweimal den Overhead hintereinander. So, Ulti, 16 Hits und er in der Ecke den Anti-Air, das ist auch mein Poke, das ist der geduckte Mitpunch, super Poke und super Anti-Air auch. So, und wir kombon ihn wieder schön, haben wieder 200 damage gemacht, die Ulti war ein Fail von mir, springen über seinen Endokuken drüber, konnte jetzt hier noch einmal ansetzen. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass ich Combo kann, deswegen habe ich einfach nur einen Uppercut gemacht und zack, Killer Instinct an Ultra Combo. Den Killer Instinct hätte ich nicht machen müssen, das hätte ich auch später canceln können, aber Ultra Combo ist Ultra Combo und, ja, Follow-up versaut. Wir haben hier halt, wie gesagt, ein paar Matches mit Saberwolf, weil ich euch den wirklich ans Herz lege. Der Charakter ist sehr, sehr schnell, er ist sehr stark und wer noch ein bisschen Probleme mit dem Spiel hat oder neu in dem Spiel ist, empfehle ich auch Saberwolf neben Jago. Beide sehr, ja, Jago hat auch schon seine Kombos, weil er halt diese Bewegungen hat, die mit dem Controller immer sehr schwer sind, die direkt halt zu machen, so auf, so bei Abruf. Saberwolf hat es dann ein bisschen einfacher, rechts, links, links, rechts und unten, oben. Da kann man, das geht relativ schnell, auch super mit dem Controller, weshalb man bei Saberwolf eine sehr, sehr gute Controller hat. Hier haben wir jetzt ein Saberwolf gegen Saberwolf Matchup, ich bin jetzt übrigens der Kristallweiß oder der Eisklare, wie auch immer. Ja, und da geht es auch direkt los. Wir können hier schöne Kombos mit ihm anbringen, sie sind auch sehr schnell und deswegen schwer zu Counter-Breaken, weil man nicht unbedingt sehen kann, um welche Taste es sich gerade handelt. Und ja, das ist der Overhead, den muss man auch im Stehen blocken, sonst funktioniert es nicht. Der ist so schnell, das ist, das ist, der Angriff ist wirklich so schnell, da musst du drauf reagieren. Das ist wirklich krass. Und mit Saberwolf hat man auch ein paar sehr, sehr schöne Mixup, die ich hoffentlich gleich auch noch zeigen werde. Ja, der Anti-Air natürlich funktioniert auch gegen Ultis und alles mögliche richtig getimed. Dafür sei er ja auch da, ist ja wieder Uppercut von Jago. Und ja, Glacius, um zu Glacius zu kommen, den würde ich auch noch gerne zeigen, den werde ich natürlich auch noch zeigen. Aber es ist so schwer momentan, es ist wirklich auch schwer, gute Matches zu kriegen, denn mittlerweile sind die Leute, die sich Kinderinstinkt angesehen haben und denen das Spiel halt nicht liegt, das soll es ja auch geben, die haben jetzt wieder so aufgehört. Und die meisten Amis, die das Spiel wirklich gut gefällt, die haben jetzt ihren Fightstick schon. Der kommt bei uns erst Ende des Jahres raus. Und da ist es momentan noch wirklich schwer, weil auch wenn sich die Charaktere gut mit Controller spielen lassen, die Kontrolle, die man mit einem Fightstick hat, ist abnormal. Hier war übrigens Neutral Jump High Kick, der war perfekt. So, Killer Instinct, Cut Recovery Frames, da konnte ich meine Ulti doch noch treffen. Und ja, bis jetzt sieht es wieder ganz gut für uns aus. Wir sind auf jeden Fall stark in Führung, auch wenn er jetzt die erste Teilrunde auch für sich geholt hat. Oh, direkt Ulti zum Runden anfangen. Und da wollte ich die Shadow-Countern, hab aber den letzten Hit-Geschadow-Counter, ich brauch den vorletzten. Ja, Crouching Low, Ultra 1, Ultra-Combo, Killer Instinct, Ultra, Ultra und Ultra-Combo. Das war aber eine feine Sache. Und Follow-Up leider nicht geschafft, da hätte noch die Uppercad-Ulti hingekonnt. Aber Kampf entschieden, Awesome Victory. Zweiter Sieg in Folge sehen wir auch an meiner Killing- Äh, an meiner Killing-Streak, sag ich mal. An meiner Win-Streak. Jetzt haben wir hier ein Glacius-Rang 8, Titel 4. Also momentan so ein Titel über mir, also ein Rang über mir. Hat aber schon mit mehreren Charaktern vielleicht Stufe 1 oder auch Stufe 2. Ähm, also sehr, sehr guter Spieler. Hatte ich auch ein bisschen respektbar, auch weil es Glacius ist und Saber-Wolf halt ein kompletter Melee ist. Deswegen wollte ich direkt ran. Direkt Damage. Und dann schauen wir mal, wie wir was dagegen machen können. Anrennen kann ich Glacius nicht. Denn sobald ich ihn anrennen, muss er einfach nur das machen. Diese Eislanze nach vorne. Weil man kann während des Rennens nicht blocken. Ich müsste es also baiten, indem ich direkt den Uppercad mache nach dem Rennen. Ähm, hier habt ihr gesehen, ich versuche mit ihm Special direkt anzuwenden, um es wenigstens zu traden. So, wir konnten ihn packen. Overhead hat er unten geblockt, Gott sei Dank. Bricht aber die Kombo direkt wieder. Und auf die Distanz ist er einfach perfekt. Da muss ich auch noch ein Gefühl für kriegen, auf welcher Distanz ich nicht stehen darf. Oder auf welcher Distanz ich auf jeden Fall blocken muss. Slide. So, Jump-In. Wenigstens noch ein bisschen gejuggelt. Auch wenn es nur 6% Damage waren. Da wollte er Shadow-Counter und hat aber Gott sei Dank nur den Low-Special gemacht, sodass das der letzte Hit gewesen ist. Er bricht meine Kombo wieder. Anti-Air-Ulti hat nicht getroffen. Wundert mich da ein bisschen, dass dieser Eissplitter es so gut geschafft hat. So, jetzt war ich mit Lows an. Das war Absicht. Ich habe jetzt dreimal hintereinander Low gemacht, um zu gucken, ob er jetzt als nächstes dann Low bricht. So, wir gehen auf jeden Fall. Damage-mäßig sind wir gut mit drin, dafür, dass es Glacius ist. So, jetzt hat er endlich angefangen, Low zu brechen. Jetzt kann ich, wenn ich nochmal eine Kombo ansetze, nämlich was anderes machen, weil ich davon ausgehe, wir versuchen wieder Low zu brechen. So, und wir versuchen wieder direkt reinzukommen. Hauptsache Nahkampf-Overhead-Ulti. Gut geblockt, aber danach kann man packen. Die geht nämlich nicht so lang. Die ist nämlich genau dafür da, also um halt irgendwas zu baiten oder um schnell halt über einen Angriff drüber zu kommen. Macht auch nicht so viel Schaden im Vergleich zu den anderen Ultis, aber hat halt einen großen Nutzen, auch weil die Recovery-Time fast nicht vorhanden ist. Da hätte er weiterkommen und können. Ich weiß nicht, welche Motion Glacius braucht, ob das jetzt besonders schwer war, ob er es versucht hat. Aber dass da noch was gegangen wäre, das wusste sogar ich. So, da habe ich wieder einen Shadow-Counter gemacht. Leider hat er auch den Low-Special gemacht, das hat das schon der letzte Hit gewesen. Ich brauche den vorletzten beim Shadow-Counter. So, Crouching Low into Ulti. Danach kann man weiterkommen. Diesmal habe ich nur Highs gemacht für diese Frames, also für diese Trap. Das ist der Wall-Bounce und wenn der Gegner ja nicht Wall-Bounce steht, er ja ungefähr ein paar Meter von einem weg und kann direkt wieder angreifen. Aber ich kann auch wieder angreifen. Und deswegen direkt mit dem Special-Run, ja, ein Nutri-Jump-High-Punch. Und das geht an uns, Ultra-Combo. Killer Instinct. Und jetzt kombon wir. Kombo, Kombo. Da geht noch was. Zack. Und noch ein Ulti. So, das war schön. Und Follow-Up. Follow-Up 1. Und da hätte ich noch einen machen können. So, einen Fight haben wir noch für euch. Dann habt ihr noch mal Saberwolf in Action gesehen. Und Saberwolf, ja, ich empfehle ihn euch. Sehr schön zu spielen. Wie ist unser nächster Gegner? Wen haben wir da noch? Oh, Thunder. Nehmen wir auch noch mal einen anderen Charakter. Passt ja auch perfekt. Das ist jetzt gegen Grappler. Saberwolf gegen Thunder finde ich ein sehr, sehr starkes Match-Up für Saberwolf. Einfach zu schnell. Aber wir schauen mal, wie dieser Thunder sich angestellt hat. So, wir können dadurch wieder in den Rang steigen. Ihr seht, drei Siege in Folge. Das ist nicht safe und blockbar, was er da versucht hat. Und ich breche sein Combo-Breaker mit meinem Counter-Breaker direkt gebaitet am Anfang. Mal schauen, ob er mittel bricht. Mittel brechen nämlich die meisten. Die meisten Leute brechen einfach die mittleren Angriffe und deswegen direkt baiten. So, jetzt hat er den Overhead gemacht. Ich habe unten geblockt leider. Ich vergesse immer, gegen Thunder unten blocken. Da wollte er ein Reset machen. Nehme ich an. Oder ein Import-Error. Aber für den Reset wäre auch geil gewesen. Hätte danach nämlich den Common Grab gemacht. Hätte das sogar geklappt. So, er macht einen Shadow-Counter-Inner-Ulti. Ihr habt dieses 1, 2, 3 gehört. Nicht schlecht. Hat auf jeden Fall das Timing für drauf gehabt. Wohl oft gegen Saberwolf gespielt. Ja, die Grab-Ulti ging daneben. Free-Combo für mich. Wall-Bounce. Reset mit dem Overhead. Und das ist die erste Teilrunde, denke ich. Ja. Nicht übel. So, jetzt ein bisschen durch den Durchdash, um mich zu verwirren. Jump High. Oh, Ultra-Wake-Up-Ulti. Und diese Grab-Ulti, wenn ich in der Luft bin, kann er mich natürlich gar nicht treffen. So, jetzt ein schöner Jump-In hier. Macht dabei leider immer diesen Dreher. Da wollte er ein Shadow-Countern. Aber da habe ich natürlich kein Special einfach so gemacht. Und wieder über den Common Grab gesprungen. Viel zu viele Common Grabs beim Aufstehen. Der Klassiker für Grab-Characters. Wall-Bounce. Achtung, Gimmick wieder. Weil kein Wall-Bounce. Direkt mit dem Special wieder rein. Der Klassiker mittlerweile. Mach ich gerne. So, er ist fast tot. Ich bin immer noch Runde 1. Also für mich Runde 1. Er macht jetzt seinen Killer Instinct an. Hat dadurch einen besseren Dash. Ulti 1. Ultra-Combo. Leider kein Killer Instinct. Ich kann nichts canceln. Aber das waren doch mal schöne Matches mit Saberwolf. Ähm, schauen wir mal, wie es den nächsten Kampf gibt. So Leute, das wär's für diese Episode von Killer Instinct für die Xbox One. Die nächste Episode findet ihr, sobald sie verfügbar ist. Wenn ihr rechts auf das Video drückt. Und zu anderen Games gelangt ihr unten bei alle Playlists. Das war's. Macht's gut Leute. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Und... Tschüss. Tschüss.